Sie möchten sich weiterbilden, die Matura nachholen oder beruflich neu orientieren, wissen aber nicht, wie Sie sich den Lebensunterhalt inzwischen finanzieren oder die Kurskosten zahlen können? In der Datenbank Kursförderung in Österreich auf erwachsenenbildung.at können Sie nachschauen, welche finanziellen Unterstützungen es zur Deckung dieser Kosten gibt. Wenn Sie auf der Website der Datenbank sind, sehen Sie ein Formular, das Sie ausfüllen können. Angenommen, Sie leben in Niederösterreich, haben eine abgeschlossene Lehre und wollen die Matura nachholen, dann könnten die Antworten zum Beispiel so aussehen. Sie wohnen in Niederösterreich und arbeiten in Niederösterreich. Sie haben als höchste abgeschlossene Ausbildung eine Lehre und sind derzeit als Arbeiterin angestellt. Sie sind Mitglied der Arbeiterkammer Niederösterreich und kein Gewerkschaftsmitglied. Ob Ihre Firma einen Zuschuss zu Ihrer Weiterbildung leistet, das wissen Sie leider nicht. Sie sind 30 Jahre alt und weiblich. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kursförderung finden. Nun werden alle Förderungen angezeigt, die für Sie in Frage kommen könnten. Jetzt können Sie Ihrem Wunsch entsprechend nach passenden Förderungen suchen. In diesem Fall nach Förderungen zum Nachholen der Matura. Hier wäre schon mal eine, die passen könnte. Da wird die Vorbereitung zur Abschlussprüfung gefördert. Mal sehen, ob es noch weitere gibt. Hier gibt es eine Förderung zur Teilnahme an den Vorbereitungskursen für die Matura. Durch Klick auf die Förderung erhalten Sie weitere Informationen. Nun sehen Sie, welche Voraussetzungen es gibt, was gefördert wird, wie hoch die Förderung ist und welche Termine Sie einhalten müssen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wenden Sie sich direkt an die Stelle, die die Förderung vergibt. Den Kontakt finden Sie ganz am unteren Ende der Ergebnisanzeige. Für alle weiteren Fragen zu Förderungen und Ihrer Weiterbildung, wenden Sie sich am besten an eine der vielen Stellen der unabhängigen Bildungsberatung Österreich. Die finden Sie über den hier angezeigten Link. Und jetzt alles Gute für Ihre Weiterbildung. Und jetzt alles Gute für Ihre Weiterbildung.